Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf eine weitere Nebenmission zu. Und zwar handelt es sich hier um gnädige Götter. Und zwar haben wir in einer vorgehenden Mission, waren wir in einem Bau, wo sich Banditen versteckt haben. Und da kommen Leute und haben sich Sachen gewünscht. Diese Dame hier, die hat ein Problem, ein offensichtliches. Ihr Schubkorn ist kaputt. Und sie braucht dringend Hilfe. Markus hat hier Hilfe angeboten, so gehen wir mal schauen. Das Problem, was ich habe, ist immer noch Talos. Er schwirrt hier herum. Und das Spiel schickt ihn immer wieder auf mich zu, obwohl ich nicht bereit bin. Das heisst, meine Ausrüstung ist nicht auf dem Level, die ich sie brauche, um ihn besiegen zu können. Aber nichtsdestotrotz, sobald er auftaucht, muss ich mich halt verstecken. So, da haben wir mal ein paar Sachen anzuschauen. Wie sie gesagt hat, der Karren ist ziemlich mitgenommen. Anscheinend sollten diese neuen Körbe zum Markt. Und dann brach der Karren. Okay, lege den Schatz aus der Höhle. Ich nehme einen Korb in der Nähe. Das sollte helfen. Besser sie als die Banditen. Ja, okay, und so wie es aussieht, war es das auch schon. Und jetzt habe ich auch schon Stufe 5. Dann werde ich mich nun auch aufrüsten und an mich Talos stellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.